ja hallo ihr lieben das name schemeier, coach, spiritueller coach, partherapeut, diplom psychologe unternehmens psychologe habe ich schon lange nicht mehr gemacht habe ich sonst mal mein geld verdient früher aber egal es wird ja mal so aufgekackt auf social media ich muss das machen habe schon für bestimmt 300 große unternehmen gearbeitet kann ich auch mal auf nach spaß ich bin so assoziativ gerade oh mein gott gut wenn ich das hochlade aber wahrscheinlich gerade noch unseren 20 prozent code ich wahrscheinlich bis sonntagabend wahrscheinlich kommt das video sonntagnachmittag raus also nutzt es gerne noch 20 prozent mit dem code anfang 20 ist wahrscheinlich im titel drin und kommt zur libysche party ich glaube 25 9 holt ihr einen von den geilen beuteln die wir haben jetzt die gehen weg wie wie nix und dass du noch deinen spruch kriegst und ja heute haben wir ein nices thema finde ich vom besten freund geblockt werden da habe ich mit mir zusammen sein wollte da sind natürlich gleich so mehrere themen drin schönes thema wenn du auch fragen hast schieb das über eine formule auf liebe chip punkt e hallo christian ich bin langjährige follower in von deinem kanal und ein kursen seit 2017 not bad meine liebe ich glaube 2017 sind ja nicht die 2016 meine kurse ausgekommen oder 17 was ich gerade bin dann inhalte total klasse ich wollte gerne eine story aus dem freundschaft im bereich erzählen und wie die friends und über jahre von anderen seite aussieht und dass man seine hinweise und ansätze falsch verstehen kann und dadurch unerfreuliche dynamiken entstehen können die nichts mit deinen botschaften zu tun haben ja ich glaube wie sie wir gleich sehen werden über meine als das wahrscheinlich auch gemeint meine ratschläge richtig umsetzen würde weil diese ganze situation nicht passiert die ich jetzt gleich vorlese und aber ich glaube ich weiß dass du mein bester freund hat mich vor ein paar monaten geblockt also ich kann schon mal gleich sagen meiner sicht nach den freundschaften blocken nicht zu suchen was macht man um sich selber zu schützen weil man einfach krank liebessüchtig ist und man macht es nur wenn was anderes nicht funktioniert und man kündigt es vorher an warum man das macht und man macht es nicht einfach wie es hier passiert ist also hat nichts mit freundschaft zu tun und sollte eigentlich in freundschaften normalerweise auch nicht nötig sein ist heutzutage halt auch gern sondern ja man macht es auch so gern aus dem ego leicht dieses blocken so was hast du jetzt davon so wenn du nicht das willst was ich will dann bist du eben geblockt ja habe ich auch das habe ich auch schon so oft erlebt im leben und scheinbar mittlerweile fast schon üblich zu sein anzutage wenn du nicht machst was andere wollen dann so dann block ich dich eben spiel mal eben kindergarten was soll's so wir sind schon seit vielen jahren beste freunde und er war für mich die sicherste person in meinem leben wir hatten ja also alles ist veränderung gerade nichts bleibt einem kein stein wird auf dem anderen und was noch mal dazu sagen wir hatten nie wirklich streit und es war total harmonisch abgesehen davon dass wir politisch andere sichtweisen haben und er sich manchmal wertend über meinen körper geäußert hat und viele auseinandersetzungen hatten gut ich will jetzt nicht eure freundschaft da irgendwie in den scheiß tag aber warum man jetzt abwertende äußerungen über den körper macht in der freundschaft also ich glaube ich weiß gar nicht das wird also gut ich will jetzt nicht sagen dass es in freundschaften ja wenn man jetzt wirklich meint so jetzt hast du hier 500 kilo zugenommen das muss ich dir jetzt mal sagen als dein freund aber gut es sind halt immer relativ kurz die mails ist ja auch richtig so ich weiß nicht wie das jetzt aber vor allem wertend zu äußern das ist ja noch nicht mal so gesundheitlich oder so wertend bin ich nicht so freundschaftlich also schon länger eine freundin und etwas traurig dass es einfach nicht klappt und will hundertprozentig mit dir zusammen sein das weiß ich jetzt schon wenn ich diese mail lese weil fast jeder mann der single ist und mit einer frau befreundet ist will was mit der haben das kann ich kann ich euch sagen also das ist glaube ich die absolute ausnahme dass es nicht so ist gibt da so ein wunderschönes video ich glaube es haben uns auf twitch mal angeguckt wo es so witzig geschnitten wo dann so ich glaube studenten die miteinander befreundet sind befragt werden ja ob das denn wirklich so ein platonisch ist und dann die frauen so ganz andere aussagen darüber finden als die männer ist total witzig wirklich sollte man jede frau die mann befreundet ist und dieser beides single sollte davon ausgehen wir haben das gleiche alter ungefähr und so weiter sollte davon ausgehen dass er bestimmt mit euch schlafen würde der mann so und so schrieb ich eben du findest bestimmt bald eine tolle frau ja das wollte er wahrscheinlich nicht er hat mir das gleiche vor einem jahr geschrieben als ich single war und darüber traurig war und das hat mir einfach wirklich gut getan ja wie wie schon sagt er gerade für frauen ist das glaube ich viel normaler sich wirklich platonisch zu führen und sich dann auch exakt so zu verhalten wenn das für männer häufig fake ist und dann sage ich ja immer und das wird sich auch gleiche ausspielen dieses dieses drama sage ich ja immer zu männern lass den scheiß bricht die freundschaft ab weil das ist nicht ehrlich und das wird irgendwann rauskommen und dann fühlt sich die freundin verarscht weil du sie eigentlich die ganze zeit wo sie herfallen wollte es nur die kleider von leib reißen wolltest und ja also deswegen ist dieser satz obwohl es der gleiche satz ist hat vielleicht eine ganz andere wirkung auf euch seit ich diesen satz geschrieben hat war funkstille obwohl wir sonst jeden tag kontakt per messenger oder telefon hatten das war da war ich total verunsichert wir haben ein paar tage später telefoniert und er hat sehr lange um den heißen brei geredet dann kam er damit raus dass er das unehrlich von mir fand aber wir kommen der sache schon näher wenn ich denken würde dass er bald ein tolles mädel bekommt dann würde ich ja mit ihm zusammen sein ja hierher wird nämlich der wind ne er will was von dir und dann fragte er warum ich nicht mit ihm zusammen bin und seine freundlichkeit damit bestrafe dass ich nur mit ihm befreundet bin und deswegen wird er dich jetzt gleich bestrafen das ist übrigens ich will jetzt hier niemanden anträgern aber das ist jetzt pures ego also auch in meinem ganz neuen buch wird es auch viel ums ego gehen und auch jetzt in dem was gerade auf dem markt ist vom opfer zum gestalter geht da auch schon mehr darauf ein und ja es nur ego weil und das ist auch so eine was auch so eine pluspol geschichte oft ist dass wenn man so ein people pleaser ist und dann dann ist so diese diese erwartung vom ego ist dann so ich mache jetzt ganz viel für dich und ich bin jetzt freundlich und da muss diese freundlichkeit aber auch gefälligst zurückzahlen das machen übrigens auch pluspole viel und wenn das dann nicht passiert dann werden sie irgendwann sauer und jetzt ist der punkt wo er sauer wird obwohl du hast das ist ja nie danach gefragt und du denkst das war jetzt ohne bedingungen aber es hatte halt bedingungen dann das ist ja was viele männer machen dass sie denken wenn ich jetzt erst mit dem mädchen befreundet bin dann wird sie mich bestimmt irgendwann eine beziehung mit mir wollen das ist ja nicht totaler quatsch als vertane zeit und so im moment ist längst vorbei und er hätte gleich sagen sollen er steht auf dich dann hättest du vielleicht noch mehr chancen gehabt aber wenn die frau sich einmal entschieden hat dass jemand in der friendzone ist dann wird es schwierig deswegen männer lieber gleich taten auf den tisch legen und dann hoffen dass die frau davon beeindruckt ist von eurem mut und sie euch dann in den anderen topf rein schmeißt nehmen die dann sein wollt aber der satz ist schon echt schräg das schon echt super schräg ich war perplex weil er verschiedene mädels gedatet hat von denen er vorgeschwemmt hat und mir öfter vermittelt hat dass er mich dick findet aber nicht nett nicht freundschaftlich und nicht ich nicht seinem beuteschema entspräche ja also hatte ich nicht nur kritisiert sondern hatte ich eiskalt angelogen und klar mit den anderen medien ist es ja schon mal nichts geworden und dann steht es immer wieder du auf dem zettel ich habe versucht den ernst zu nehmen nicht bis sich zu sein wegen seiner äußerung wo also mich wie wird das schon für mich wäre der drop schon gelutscht gelutscht an dem punkt also ich habe einfach zu viel erlebt in meinem leben mehr ich würde schon sagen auch kommen alles klar freundschaft vorbei das gut sein kommt alles gut müssen uns jetzt nicht gegenseitig ärgern und was soll der kram abhaken ich hätte schon keinen bock mehr jetzt aber du finde ich trotzdem echt gut oder mit oben ist jeder sagt mal blödes zeug und so gut es ging das zu erklären ich habe einen freund in einer weile natürlich wasser das tag eins von der beziehung und das ist abgesehen davon nicht für mich in frage kommen und jemand zusammen sein der meinen körper kritisiert ich weiß ehrlich gesagt gar nicht ob er den körper wirklich kritisiert oder ob er einfach nur pissig war und dann irgendwas gemeines gesagt hat ich weiß es nicht danach war totale funkstille von seiner seite ich war super verunsichert und habe dann auch nicht mehr geschrieben also ich nach ein paar wochen monaten noch einmal fragen wollte wie es denn so geht und ob er noch abstand braucht und nicht verunsichert bin durch den plötzlichen abstand zu fragen was er braucht damit wir wieder kontakt haben können habe ich gesehen dass ich geblockt war ja also ich finde ja wenn man meint man braucht dieses blocken sollte man das ankündigen sollte man sagen du habe ich vorher sollte man erst mal probieren das ohne blocken hinzukriegen und einfach sagen du ich möchte gerne es tut mir zu weh ich bin einfach unsterblich nicht verliebt ich würde gerne lieber den kontakt abbrechen beziehungsweise du kannst dich ja melden steht schon mal im liebescode drin im buch dann händelt man dass du hast und sagt melde dich wenn du mich daten willst und dann bricht man den kontakt ab warum muss man nicht blocken und wenn man blockt dann sollte man das vorher ankündigen allerdings ist es bei dir jetzt auch ego ja das ist halt tut halt immer ja klar dem eu gefällt das nicht von geblockt wird und ja ich war warum auch immer funktioniert eben nicht mehr freundschaft und muss man glaube ich einfach akzeptieren und wir haben andere menschen machen komische sachen manchmal und was willst du dazu sagen willst du jetzt lebenszeit mit verdödel dass dich darüber aufregst ja okay also er findet euren kontakt halt so unwichtig dass er sogar die brücken verbrennt ich sag ja auch immer keine brücken abbrechen wenn sie unbedingt sein muss und dann ja dann ist es eben so es wird andere menschen geben die dich wichtig nehmen dein freund zum beispiel und ja da würde ich sagen freude kommen gehen und was soll's aber vielleicht hat er sich gedacht wenn er dich blockt dass ich weiß nicht was in dem vorgeht ich habe wirklich keine ahnung ist auch sicherlich schwierig wenn ihr eine freundschaft haben dass auf einmal so viel kein kontakt also da fragt man sich schon was ist alles nicht ausgesprochen worden vielleicht hat er erwartet dass er noch mal ein gespräch führt und das und das ist aber nicht gemacht er hat es aber auch nicht gesagt und das weiß man jetzt alles nicht aber ist jetzt zu spät im nachhinein nach einigen monaten habe ich mir zusammengereimt was passiert ist wie ich das jetzt verstehe war er wohl jahrelang gar nicht verliebt ja offensichtlich hat sich hoffnungen gemacht ich war da sehr klar habe keine hoffnung gemacht ja kannst du nichts dafür und möchte das jetzt nicht mehr aber sowas kann man ja sagen vor allem wenn man sehr gut und lange befreundet ist ja was zählt heutzutage noch irgendwas also ich kann mich da total verstehen aber die menschen sind crazy die menschen sind völlig crazy und mich hat das crazy verunsichert alles und eine solche erklärung hätte es für mich sehr viel leichter gemacht ja aber jetzt muss ich auch mal andersrum sagen erst dir nichts schuldig wenn er keinen bock mehr hat auf den kontakt dafür den auch von heute auf morgen beenden und genauso wenig wie du für seine themen zuständig bist du sehr für deine zuständig so ne und es ist natürlich völlig normal ist das verunsichert aber ja sie ist auch als chance sicherer zu werden und sich dir zu sagen kann ich jetzt echt gar nichts für und nichts ein bisschen vorsichter zu sein wenn man mit dir befreundet sein will in dem fall war ja wie er mit jetzt erklärte jahrelang mit mir befreundet obwohl er mich daten wollte und wie es mir scheint hat er mir in gewisser weise auch eine freundschaft vorgeheuchelt ja das sag ich ja immer steht glaube ich schon im liebescode habe ich videos drüber gemacht und 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 damit tut man weder sich noch der anderen person irgendwas gutes und ist unerlich das sagst du auch in deinen videos natürlich sollte man nach einer langjährigen freundschaft etwas behutsamer und erklärender vorgehen als bei einer person die man datet und mit einem befreundet sein möchte und das nicht will so wie er das gemacht hat hat das auch nichts mit männlicher polarität zu tun da ihr gar nicht datet und du ihn gar nicht interessant findest können wir uns das thema polarität sowieso sparen spielt ja gar keine rolle ich finde dieses vermeiden und passive nicht erklären ist für mich definitiv nicht männlich polar ja also hat das nicht gut gemacht aber mal ganz ehrlich du willst du noch ähnlich von daher ist doch egal ob du also findest du noch ähnlich gut oder habe ich das falsch verstanden allgemein so gedanken zu null kontakt und blocken natürlich ist es das beste muss einer toxischen dynamik auszusteigen die hatte ja gar nicht hatte ich ja keine beziehung man sollte aber nicht willkürlich alle leute blocken nur weil sie mal was sagen womit man nicht klar kommt ja das ist aber heutzutage fast schon üblich also du kannst die welt leider auch nicht anders machen ich finde es auch nicht gut hatte das neulich sommer die tage erlebt dass dann personlich nur weil ich mir einfach mal gesagt habe jetzt reicht auch mal hier so geht es nicht um bums gleich blocken und ja ich habe die welt nicht so gemacht du hast du nicht so gemacht wir müssen damit klarkommen ist ja auch nicht alles schlecht jetzt hier und ja bis so heutzutage bis so kindergarten du empfiehlst es ja auch nur im dating kontext oder eben bei einer toxischen beziehung ja genau oder habe ich da was falsch verstanden allgemein ist geblockt werden sehr verletzten und verunsichern ja das ist auch was du raus machst also du kannst auch sagen kindergarten habe nichts mehr zu tun dich oben drin und weitergehen muss also das ist jeder ist für seine emotionen zuständig und wenn dich das verunsichert was natürlich menschlich ist ne ist es wiederum deine spielfläche sohn so hart das auch ist und wenn du dich da jetzt monatelang oder 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 noch viel länger darüber gedanken machst das ist dein thema ne so vor allem wenn ich weiß warum ist ja eigentlich großen nee ich auch dieser groß den begriff sind fühlst du als kein ghosting ihr habt einen riesen streit gehabt der klar gemacht dass er dich eigentlich daten will und hat dann ja ein bisschen kalt und ein bisschen im ego beziehung abgebrochen aber es ist kein ghosting sehe ich nicht so also ich finde wir sollten diese begriffe wirklich auseinanderhalten ghosting ist für mich wenn jetzt wirklich so lange eine beziehung gehabt hätte und er verschwindet von einem tag auf dem anderen das würde ich sagen das ghosting es bringt nichts wenn man diese begriffe so auf alles mögliche anwenden so in normalen beziehungen wo man normal miteinander reden kann braucht man das ja nicht da spricht man dinge an und wenn es nicht passt dann trennen wird sich erklärt was los ist ja aber man hat kein recht drauf also das wäre schön aber man hat kein recht drauf also du kannst als mensch einfach von heute auf morgen eine freundschaft abbrechen und also ich habe das auch ein paar mal so gehabt dass ich mal was abgebrochen habe und habe es dann auch ganz klar gesagt so ich spreche das jetzt hier ab habt auch kurz gründe genannt und dann sagt die andere person ja ich erwarte dass du das jetzt dass du dich mit mir auseinandersetzen habe ich auch gesagt nee weil ich habe ich keinen bock zu also doch dass das muss man dann habe ich gesagt nie will ich aber nicht also er darf das machen was er macht ist vielleicht nicht schön aber das bringt ja zunächst jedenfalls kann man dann auch blocken wenn man möchte aber man erklärt dass ja aber wir leben in keiner idealen welt also kannst nur mit dem was du hast das als lernchance nutzen das beste daraus machen blocken sollte man finde ich nicht leichtfertig sondern also offensichtlich hat es dich total angetriggert wie viele menschen und ich würde da wirklich daran arbeiten dass dich das nicht mehr so anträgert weil du kannst es ja eh nicht ändern und ich würde dieses spielchen auch nicht mitspielen und es ist ja manchmal so dass man dann so angetriggert ist dass man dann selber anfängt versucht dann über briefe oder oder sms oder einen anderen messenger in kontakt zu gehen ist was eigentlich ein irrsinn ist du willst das ja eigentlich gar nicht haben wie siehst du das was hättest du an seiner stelle gemacht und ich und einmal an seiner stelle ich meine früher war ich auch so blöd aber schon lange ganz lange her und ich hätte einfach von anfang an hätte ich gesagt ja ich stehe auf dich will ich daten und das nicht geklappt hätte ich die freundschaft beendet also hätte es gar nicht zu einer freundschaft kommen lassen das hätte ich gemacht was mein kokain konsum ist wieder zu viel leute ne spaß scheiß allergien immer und weil ich heute beim body attack und das war so anstrengend wer von euch macht body attack war schon zwei jahre nicht mehr so was hättest du an meiner stelle gemacht also gut ich meine ich habe einfach zu viel erlebt im leben ich bin wahrscheinlich auch schon ein bisschen älter als du nicht machen und ich würde sowas gar nicht mehr an mich ran lassen ich würde sagen was ich zu dick für dich und jetzt kommst du mit so einem scheiß und und sagst das nicht und und du lügst mich an und trotzdem soll ich jetzt hier bestraft werden mit so ego verhalten habe ich keinen bock drauf da würde ich glaube ich sagen ja auf der basis habe ich gar keinen bock auf kontakt und wird wahrscheinlich netter sagen als das jetzt sagen so aber wie ich sagen nee das ist ich würde auch ich persönlich habe auch meinen glauben verloren sondern immer alles besprechen ich würde glaube ich das einfach dann so auslaufen lassen wenn ich mal darum kümmern wir denken so die freunde brauche ich nicht und habe ja auch das video gemacht und braucht keine freunde und mich auf die wenigen leute die man jedoch die meisten menschen leben würde ich mich darauf konzentrieren und ich kann das verstehen aber wir leben in einem krassen zeitalter veränderungen und für viele und gerade wenn man liebeschippe arbeiten macht brechen auch mal langjährige freundschaften auseinander und man kann nicht ständig an seinen seiner entwicklung arbeiten und an seinen anziehungspunkten und an seinem nice geilen leben und dann erwarten dass alle freundschaften so mitziehen ja in diesem sinne wir werden es bald wieder sehen ein 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 Bis zum nächsten Mal.